Was ist das Besondere an den Jungen Medientagen? Viele junge Menschen kommen in einer spannenden Stadt zusammen, um gemeinsam ihrer Leidenschaft nachzugehen, den Medien machen. Ihr lernt in verschiedenen Workshops, wie man Fotoreportagen gestaltet, wie man Radiobeiträge produziert oder Artikel schreibt. Und ist alles unter professioneller Anleitung. Kommt nach Frankfurt, kommt zu den Jungen Medientagen und erlebt vier unvergessliche Tage.